Das Paket muss zum Klinat sein. Suchen Sie vielleicht diesen? Ah, perfekt! Ab jetzt übernehme ich. Frau Präsidentin, ein Paket für Sie. Ach, das war gar nicht für mich. Das ist für Euch. Die Einladung für den Tag der Ein- und Ausblicke. Der Deutsche Bundestag öffnet seine Türen von 9 bis 19 Uhr am 3. September. Kommt gerne vorbei.